moin aus hamburg herzlich willkommen wieder es ist trainingzeit das heißt wir trainieren wir wollen information vermittlung betreiben hier und heute geht es um die darstellung im chart man sollte sich als trader erst einmal fragen wie viel zeit habe ich fürs trading also sprich ich bin berufstätig und kann nur vielleicht einmal am tag auf die börsenkurse schauen dann würden wir eher empfehlen du solltest dir eine strategie suchen die vielleicht auf tages oder wochenbasis funktioniert das bedeutet vielleicht eine kerze also eine kursdarstellung von einem tag oder von einer woche wenn du sagst ich will aber rock'n'roll ich bin eher wie du carlos ich möchte gerne morgens action dann geht man eher auf kürzeren zeitebenen das bedeutet auf die fünf minuten kerzen eine minute kerzen 15 minuten kerzen etc so und dadurch dass wir jetzt hier nicht kennen leid dinner sind und wir keine kerzen verkäufer sind sondern beim trading reden wir um wenn wir kennel stick sagen oder kerzen charts sagen dann reden wir um die darstellung und man kann sich die kurse unterschiedlich darstellen und in diesem lernvideo möchte ich euch ja diese drei haupt darstellung einfach mal zeigen es gibt viel viel mehr ich weiß es gibt point and figure ranko etc aber das würde hier den rahmen sprengen ich würde sagen es gibt drei also zwei auf jeden fall der dritte ist unsere haus kerze die wir seit 14 jahren nutzen und die möchte ich euch kurz darstellen und dann auch noch mal im charts zeigen wie sie aussehen auf unterschiedlichen zeit ebene wünsche euch viel viel spaß und wir wechseln jetzt wieder in dem ja präsentations modus und meine damen und herren wir fangen an mit den klassischen balken charts ich bin gerade dabei mein haus kern zu sanieren ich habe ein altes haus gekauft und da habe ich jetzt gerade mit dem zimmermann gesprochen wir haben auch so alte balken ja hier ist es aber der balken chart im in den bereich und ihr seht so zwei knubsis nenne ich sie immer immer wir haben einen langen strich nach oben senkrecht und dann zwei quer bereiche das sind die querbalken und eine der wichtigsten informationen für diese darstellung ist links von diesem strich links ist immer der eröffnungskurs rechts ist immer der schlusskurs links eröffnungskurs rechts der schlusskurs wenn wir uns jetzt also diesen balken im großformat da links anschauen dann sehen wir dass der eröffnungskurs tiefer war als der schlusskurs und das würden jetzt ein erfahrener trader und auch einer der es denn jetzt verstanden hat sagen okay das bedeutet der kurs ist gestiegen weil wir sind tiefer eingestiegen und der schlusskurs ist dort drüber und diese darstellungsform kann man auf unterschiedliche zeitebenen einstellen seiner software eine minute fünf minuten 15 minuten 30 minuten stunde oder tages oder wochen oder sogar monats kerzen das heißt ich kann mir einen gesamten monat mir darstellen lassen in der form des balken charts so den kann man sich jetzt noch einstellen zwischen grüne rote gelbe orangene ja von der farbeinstellung oder man macht ganz schlicht auf bauhausstil ganz normal schwarz oder weiß die zweite form die ich euch mit gebe ist hier sind die kerzen charts im englischen die candle light und ihr seht hier auch der obere text ist im englisch aber wie es geht nicht um den text sondern es geht hier um die kerzen und hier seht ihr grün für long rot für feinen kurs hier ist es aber noch ein bisschen detaillierter weil hier könnten wir ein ganzes seminar machen was für einzelne formation weil der kennel stick trader so bezeichne ich sie jetzt mal der redet auch hier formationen und der würde jetzt sagen es gibt ein doji es gibt ein hammer es gibt soldiers und so weiter und so fort ja diese kennel sticks sind die meist verbreiteten auf der ganzen welt also wenn ihr bücher liest oder videos sieht oder wie auch immer oder auf messen seid und vorträge werden zu 90 prozent der trader candlesticks nehmen weil die sind am meist verbreiteten die dritte form die ich euch heute mitgebracht habe sind auch candlesticks aber sie heißen heikin aschi und zwar sind das geglättete kerzen und die geglättung ja ist insofern interessant weil wir und auch ich sage eine visualisierung also als trader wenn man zu hause sitzt oder im büro sitzt ist es eigentlich cool wenn man dieses diesen 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 move hier mitnehmen oder schön darstellen kann und wir sehen hier blau und rot und die glättung bedeutet dass wir praktisch kurze gegenbewegung rausfiltern das kann man vielleicht im anderen beispiel gleich sehen hier noch mal die die formel die überspringe ich jetzt mal und hier die ja gegenüberstellung wir sehen hier die normalen kennel sticks grün und hier oben die heikin aschi jetzt seht ihr vielleicht besser kein unterschied vom körper hier vom body her wie man das nennt doch aber ist die sind hier immer noch rot und diese ist schon grün und wenn man sie jetzt nur als einzeln betrachtet würde ein trader vielleicht nervös werden und sagen oh der markt fängt an zu drehen es kommen mehr käufer rein und dann würde der aussteigen bei der heikin aschi kerze nicht was wir gemacht haben und die besonderheit ist wir haben die balken charts eingefügt mit den heikin aschi das heißt links eröffnungskurs rechts der schlusskurs haben wir mit eingefügt und haben eine perfekte kerzen darstellung bekommen und das sind unsere kennel sticks unsere traders club heikin aschi kerzen in form mit einer kombination mit biken charts das möchten wir uns euch mal kurz auch im modus anzeigen das sind ganz normale kennel sticks und jetzt kommen wir mit unseren heikin aschi kerzen hier habe ich eine strategie mal mitgebracht wir nehmen alles raus das ist alles hier live nehmen wir mal raus hier was wir nicht brauchen die daily pivot den kennt ja die sonne kennt ihr auch aber wir machen jetzt mal den augenmerkmal auf diese kerzen und ich gehe mal auf den fünf minuten chart und hier seht ihr diese darstellungsform man sieht sehr schön die bewegung wenn ich jetzt noch größer gehe auf tagesbasis das bisschen kleiner macht dann sieht man die bewegung hier in diesem markt das ist jetzt gold und jetzt zeige ich euch wo es am besten passt nämlich zum dax so nicht gehe ich auf meine lieblingsposition auf fünf minuten und hier sehen wir sehr sehr schöne heikin aschi kerzen diese darstellungsform ist zumindest denke ich mir ein experiment oder für ein experiment wert sie mal zu testen wir mit diesen heikin aschi kerzen zurecht kommt sie sind geglättet das bedeutet wir sehen eine sehr schöne darstellung von den kurven und ja das wäre mein tipp nicht der woche aber meine kerze der woche testet mal heikin aschi kerzen versucht sie mal einzufügen und den vergleich zu starten ich bedanke mich bei euch recht herzlich wünsche euch gute gute trades bleibt gesund und bis zum nächsten video